Herzlich willkommen bei einem neuen Video unseres YouTube-Channel Gluten-Free-With-Me. Heute, Ragazzi, mit einer Herzensangelegenheit. Es ist Weihnachten, es ist die Zeit der Liebe, es ist Zeit des guten Essens, es ist Zeit der Geschenke und es ist Zeit, dass dir jeder auf einmal Guten Tag sagt. Tolle Sache, warum nicht immer, aber gut. Aber es ist Zeit, auch in dem man in sich mal einblicken sollte und mal helfen sollte. Und darum geht es auch in diesem Video. Es ist eine Herzensangelegenheit von Marc und von mir. Vorneweg, ja, es ist ein Spendenaufruf. Wir haben vor einiger Zeit, vor einigen Tagen, einen Verein kennengelernt, der uns echt Gänsehaut, Gänsehammer, mir fehlen da echt die Worte. Es ist ein toller Verein. Es sind Menschen, die was Schönes auf die Beine gestellt haben. Das ist Flügelbruch e.V. Um was geht es in diesem Verein? Es geht um krebskranke Menschen. Es geht um krebskranke Menschen, die diesen Kampf hinter sich haben, die es geschafft haben, wieder Luft zu atmen, die es vielleicht aber auch noch eine begrenzte Zeit haben, wo sie wissen, hey, irgendwann ist hier ein Cut und ich muss mich verabschieden. Und es geht darum, diesen Menschen noch eine tolle Zeit zu schenken. Es gibt Menschen, die finanziell gerade durch die Krankheit sich nichts mehr leisten können. Das ist echt traurig zu sagen. Die gerne noch vielleicht, ich weiß noch, es gab einen Aufruf, den habe ich durchgelesen, da ging es um ein Pflegebett. Und es ist echt krass, dass man da es nicht gebacken kriegt, hier in Deutschland solchen Leuten so schnell zu helfen. Und da finde ich es wiederum sehr schön, dass es so einen Verein gibt. Und dafür möchten wir heute Spenden aufrufen. Und spenden auch. Marc und ich, wir wollen 50 Euro zusammen spenden. Es wäre schön, wir haben 73 Abonnenten mittlerweile. Danke dafür, dass wir in dieser kurzen Zeit echt so viele Abonnenten bekommen. Und normalerweise würde jetzt kommen, hey, abonniert uns und dies und das. Ne, lasst es diesmal. Abonniert uns, auch gerne abonniert, aber darum geht es nicht. Spendet. Es wäre so toll, wenn ihr, jeder von euch, von unseren Abonnenten schon mal 10 Euro spenden würde. Dann hätten wir 730 Euro. Wir würden nochmal 50 Euro spenden. Ey, das wäre echt eine coole Zahl. Bitte, bitte. Wenn ihr euch auch dafür bereit fühlt und sagt, hey, das will ich machen, da will ich unterstützen. Wir haben einen Link unten in die Seite reingemacht. Geht auf die Seite drauf. Schreibt euren Namen rein. Schreibt vielleicht ganz kurz hinten drauf, glutenfree with me oder glutenfree. Dann wissen wir wenigstens, okay, cool, das hat euch erreicht. Und spendet das, was ihr wollt. Aber spendet was und hilft. Ja, nichtsdestotrotz diesen Wörtern, die einen echt mal zu überlegen bringen, wünschen wir euch frohe Weihnachten. Das ist ein tolles Fest. Viel Zeit mit der Familie. Geht in euch nochmal rein. Überlegt, was war das ganze Jahr? Was habt ihr Bock auf nächstes Jahr? Kocht gesunde Sachen. Esst gesunde Sachen. Ja, schöne Zeit wünschen wir euch. Frohe Weihnachten von Marc und von mir. Lasst es euch gut gehen. Und bis bald. Wir versprechen, dass wir bald wieder ein cooles Video hochladen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.